Oh, was denn? Was denn ist immer noch? Kann sie haben? Kann ich noch mehr öffnen? Hier noch? Hier noch? Jetzt ja sein kann. Nichts! Ich werde immer niemanden fallen lassen! Ist da gar nicht Lila? Meinst du, du kannst mich verarschen, Mann? Ist gar nicht Lila. Einfach nur... Kugeln! Ich langsam aber sicherlich nur die Sprung. Ich verballer zu viel. Geiseln finden. Geiseln befreien. Holt mich hier raus! Ja, ist ja gut. Nicht so laut! Mag sie nicht mit! Sei vernünftig und gib dir Zeit, uns hier rauszubringen! Hey! Man kriegt das, dass sie da waren. Ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber uns ist hier lange geliefert gewesen. Die oberen Stockwerke durchsuchen. Alter! Sieht hier ein bisschen verwüstet aus, oder? Nein? Hast du hier Pipi gemacht? Nein? Danke, Pipi! Oh, Quack! Hallo! Was haben wir gefunden? Medikit! Brauchen wir nicht! Wir haben genug! So! Immer alle schön durchsuchen! Nicht, dass wir etwas verpassen! Booking! Booking! Wir gehen aber nach oben! Hier liegt nur eine fette Tasche, die können wir nicht benutzen! Hallo! Warum nicht? Ich brauche kein Medikit! Gib mir was anderes! Gib mir irgendwie... Munition oder so! Darf ich den Weihnachtsbaum mitnehmen? Nein? Nein? Oh, Tanerbaum! Okay, mach ich! Wir spielen! Wir suchen! Was suchen wir hier eigentlich? Jo! Hat jemand Bock? Müller hat mich mit zu spielen? Nein? Hätte ja sein können! Die waren wir schon! Okay! Dann laufen wir jetzt da hoch! Ey! Meine Buddies! Scheiße entdeckt! Aber der ist doch tot! Seine entdeckt! Ich nehme, was ich eben sag's dir! Das lag! Mein Battalion ist völlig irre! Aber ich! Ja, Mann! Na klar! Überrascht sie! Wolltest du mich jetzt überraschen damit oder was? Wach! 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 Weitere Feinde im Einarsch! Immer schön ausweichen! Wach! 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 Du nochmal den Bildschirm her weg, ey! Der ist tot, Mann! Der ist tot, Mann! Sterken wir de Arschen! Ne... Töken wir de Arschchen! In den Aarschssichsten! Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Ohhhh. Bitch. Wo ist mein Nackam? Wo ist mein... Ver-samte Axt! Okay, ich hab 100. Ich hab wieder 100 Schuss. Bitch. T-Sec. Warnung, keine Neustartzone. Noch mehr Schuss. Sehr gut. Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber... Danke für den Englisch. Ey, jetzt hab ich wieder Munition. Ja, sag doch einer mal, guck ich ein bisschen um. Da ist er. Oh ja. Ein Mordschuss. Sehr gut. Da haben wir auch Mord. Sie werden versuchen uns zu überrennen. Ja, die brauchen uns nicht überrennen. Ein Explosionsgeschoss. Dankeschön. Öffnen. Was jetzt wer da will? Nahrungskonserven. Die hätte ich gern. Die hat bestimmt richtig gutes Steins. Ich lass mich da durchrennen. Einmal kurz umgucken. Ich dachte wir was übersehen. Ja genau, da sind die ganzen... Ach, okay. Wer pfeift denn da so schön? Das war ein guter Kampf. Das war schon. Sie möchte ich nicht kämpfen. Oh mein Gott. Ich will sie auch nicht empfehlen, Mann. Weißt du? Aber in der Dark ist auch nicht heute sein. Jetzt wird es in der Dark... Yay, noch mehr Buddies zum Spielen! Ich bin... Bitch. Oh oh. Oh jeez. So macht man das. Komm mal aus und kämpfen! Weg mich gerade lang! Du Hund! Oh Gott! Oh Gott! Alter... Der macht aber richtig valve. Okay, ich komm zu dir. Ich bin jetzt wieder schief. Wir kennen dich hier nicht gegen Profis. Medikitt Medikitt Okay, das ist Granate Das war's Das war's für dich, Mann Sehr schön Reparatursammel Ja, kein Problem, habe ich gerne gemacht Gebäude hinabklettern Haben wir hier noch viel, was schön Was wir hier Da ist alles voll Ausrüstung einmal angucken Abschutz Aufrüsten Den auch aufrüsten Jetzt haben wir schon mal deutlich mehr Punkte Wir sind in Stufe 4 Schade Präzision Schaden 178 Äh, mal 12,5 Kritischer Schaden 800, 600 Wir nehmen die weg Wir nehmen eine AK Wir nehmen eine AK Weil eine AK schön ist Und Downstairs Dankeschön Dankeschön Ja Aber sehen wir selbst Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen Commander Chang Ende Agent Lau Okay, Einführung Waffen Die SPS-Statistik zeigt den Schaden pro Sekunde, den eine Waffe anrichtet Alles klar, okay 2195 Wählt man im Inventar eine Waffe aus Öffnen Sie eine detaillierte Übersicht mit einem statistischen Werten und Gebrauchseigenschaften der Waffe Ja, ist klar Hier, ne Plus 16,5 Haben wir ja gerade schon gesehen Wollen Sie eine Waffe mit Ihrem angelegten Waffen vergleichen Geben Begeben Sie sich ins Inventar und drücken Sie eine andere Waffe aus Und wählen Sie eine andere Waffe aus und drücken Sie geben Alles klar Das habe ich verstanden Alter, da Fallschaden Ich dachte, es gäbe keine Hilfe Bist aber auch ne Pussy, Mann Leckung, Junge Neuer Einsatz Spieler Einsatz Ich hoffe, wir kriegen das alles hin Doch, wir sehen ganz gut aus Okay, ich würde sagen, wir sind in Manhattan fertig Und gehen wir jetzt mal zurück Wir gehen jetzt erst nach Manhattan Ja, Alter Lachen wir dann doch mal Auf nach Manhattan 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 Da drüben Hinter dem Gebäude ist eine Bar Der beste Whisky Sour von Manhattan Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink Sorry Wenn wir sie retten Natürlich retten wir die Stadt Ah, da kommt er Eine Frage Der Rest von uns sitzt in diesem Heli Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist Dann los Da kommt er wieder Ah Der ganze Ding ist in die Luft gegangen Lau 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 Lebst du es auch Bein kaputt Bresse kaputt Oh Mann, Lau Er erklärt, warum die in der Beta verletzt waren Hab ich verstanden Die werden gerettet Sehr schöne Ansicht Oh mein Gott Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist Gute Arbeit, Agent Gute Arbeit, Agent Gute Arbeit, Agent Gute Arbeit, Agent Wer kommt er? Wer kommt er? Wer kommt er? Dann los Der beste Whisky Sour von Manhattan Den Hund um so Gute Arbeit Ich brauche sie Sorry Wenn wir sie retten Keine Frage Hey Halten sie durch Hey Halten sie durch Hey Lau Aber es ist ein bisschen Matsche Bleiben sie wach Ich brauche sie Ja Mann Hören sie Das wird wieder Hey Momentan geht es ihnen besser als mir Ja Shit Die Explosion hat den Commander getötet Wir haben einen Job zu tun Den erledigen wir Es ist nur Landung in einer Minute Sie müssen das gleich auf der rechten Seite sehen Tom Clancy ist in Division Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden Okay Die sind alle entweder tot oder werden vermisst Also liegt es jetzt an uns Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen Und zwar schnell JTF-6-8 an Tower Sicht auf den Hudson Ja Zweite Vision Agenten an Bord Die Explosion vorhin war ihr Taxi Okay JTF-6-8 klar zu landen Normalerweise braucht man Zeit Bis man jemandem vertrauen kann Tja Wir haben keine Zeit Ich vertraue ihnen Das muss ich wohl Ich hoffe bei Gott zurecht Kein Problem Mir kannst du vertrauen Mäuschen Mir kannst du vertrauen New York Willkommen am Hudson Pier Keine Ahnung was wir da erreichen wollen Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet Wer hat hier den Befehl Garten Benitez Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden Aber wir haben den Kontakt verloren Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht Packen wir ein Niemand zieht von hier ab Wir holen uns die Stadt zurück Nehmen Sie mit was Sie brauchen Ich komme hinterher Viel Glück Sie werden es brauchen Sehr schön Neuer Einsatz Operationsbasis erreichen Inject Camp Hudson Aktion abgeschlossen Sehr Sehr geil Gut Ich würde mich freuen Wenn ihr in der nächsten Folge wieder zuschaut Und Ich sage Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ciao